TechnoPlex Na, gib mir mir ne Flashlight Ich habe das Gefühl Das wird sehr komplex Wenn schon der Name TechnoPlex ist Aber das haben wir euch nen Detonator Wo krieg ich den her? Nicht hier, das war ja klar Schön, dass wir hier in der Gefahrenzone rumlatschen Ja, gönn dir Laser Jetzt fordern sie aber richtig viel Jetzt müssen wir alles wissen Ei, ei, ei Super, das eine aber schon mal Cartridges gibt's hier nicht, wie ich sehe Kann man Laser kaputt machen Ach, glücklicherweise Ach, kacke Die Bombe war platziert doof Dennoch ist ja noch Laser Da war er Hoppla Ne, das wollte ich nicht Haha, knapp Die spinnen, die sind mir gewaltig auf die Eier Muss ich sagen Das war ziemlich, ziemlich gewaltig So Ich habe jetzt eine orangene Keycard Das heißt, ich muss da oben rechts hin Ich weiß gar nicht, ob die mich tötet Wenn die mich überhaupt sieht Und nicht in den Laserstrahl gefangen ist Na, wollen wir mal schauen Kann doch nicht so schwer werden Hoffe ich mal Piss dich, du Mistvieh, Alter Was jetzt natürlich extrem schwer wird Das zu holen Holy crap Wie soll ich das denn mit schaffen Ähm, ja Können wir das noch erklären Wie ich das schaffen soll Wie ich das mache Ja, natürlich geht es nach rechts auf einmal Holy shit Meine Güte Sind die nervig Und doch, Cartridges hier gab es doch Allerdings sind die nicht einfach zu holen Das Ding geht jetzt nach links Okay, das grüne habe ich noch nicht Da ist das grüne Knapp Da ist ja noch ein Dock Und dennoch fehlt ein letztes Cartridge Die höchstwahrscheinlich in dem Komplex da rechts sein wird Na, wo haben wir dich Cartridge Da haben wir dich doch Dich möchte ich natürlich nicht liegen lassen Genau, die letzte Spinne müssen wir umgehen Und damit eigentlich auch dann das Ende einläuten Für diese Map Ich habe Angst Ich bin lieber safe Und raus Oh mein Gott Alle Cartridges sammeln wahrscheinlich Ja, klar가요 Ja, natürlich Liebert Ja, hey